Hallo miteinander. Mein Name ist Cora Weigand. Ich arbeite bei Auto-Baden-Ideen als Bade-Paketlegerin. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich zeige heute einen Einblick in meinen Berufsalltag. Kommt doch gleich mit! Unseren Beruf verlegen wir verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Holz, Krautschuh, Klinol, Teppich, PVC und noch viele verschiedene andere Sachen. Ein neuer Lehrling sollte viel Freude am Umgang mit verschiedenen Materialien, aber auch mit verschiedenen Menschen haben, weil wir sehr viel bei privaten Kunden arbeiten. Das Schöne an dem Beruf ist, dass man am Abend sieht, was man gemacht hat. Speziell gefällt mir bei Auto-Baden-Ideen, dass wir ein sehr familiäres Verhältnis im Team haben. So, jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Berufsalltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewirbt euch jetzt! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.